Wow wow, bevor das Video startet Jungs und Mädels, ihr seht richtig, heute gibt es die ersten Stickertütchen der neuen Euro 2024er Stickerserie von Tops auf meinem Kanal. Wir öffnen direkt 10 Stickertütchen, es geht jetzt jeden Tag richtig ab mit den Tops EM Stickern, mit der Tops Matchtags EM Serie. Und das geilste ist, bei 1000 Likes, wenn dieses Video heute hier die 1000 Likes erreicht, gibt es oder kann einer von euch direkt wieder gewinnen. Nämlich ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wer wird Europameister? Wird es Deutschland, wird es Frankreich, wird es Italien, wird es ein ganz anderer? Schreibt es in die Kommentare und das geilste ist, wisst ihr was ihr gewinnen könnt? Zack, direkt das Hardcover Album, Mega Tindose und Multipack. Einer von euch gewinnt diese drei Sachen kostenfrei und alles was ihr dafür machen müsst, natürlich Abonnent meines Kanals sein. Like da lassen und in die Kommentare schreiben, ganz einfach. Und die Supporter da draußen schauen gerne auch auf Instagram vorbei und auf TikTok. Auf Instagram heiße ich pex996, TikTok heiße ich pex996, also gerne vorbeischauen für täglichen Tops EM Sticker Content. Ich habe richtig Bock und wir gehen rein in die ersten Sticker Packs. Guckt euch diesen wunderschönen Anblick an und damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen hier zum ersten Tops EM Sticker Unboxing auf meinem Kanal. Ich bin heiß wie Frittenfett. Sage ich euch ganz ehrlich, ich bin heiß wie Frittenfett. Es ist immer wieder was Besonderes zu den großen Turnieren zu sammeln. Und in diesem Jahr hat ja Tops die Rechte zu den EM Stickern. Ich freue mich drauf. Wir haben in den Wochen davor schon berichtet, wie die Sticker aussehen, wie das Design ist etc. Also der Aufbau, sag ich mal, und das Sammelalbum gucken wir uns auch an. Wenn ihr Bock habt, können wir auch direkt morgen. Habt ihr Bock direkt, schreibt mal parallel zu eurem Kommentar, wer Europameister wird. Kommentiert jetzt auch gerne mal in den Kommentaren. Damit erhöht ihr eure Chance, weil ihr dann zweimal in den Kommentaren steht. Wenn ihr mir die folgende Frage noch beantwortet, ob ihr Bock habt auf, ja, ob wir direkt morgen Let's Collect starten sollen. Let's Collect Euro 2024er Sticker Serie. Das heißt jeden Tag Stickertüten aufreißen der Euro und einkleben. In den nächsten Tagen gibt es nur noch Mega Starter Pack. Es gibt das Blister Pack, Multipack, alles mögliche am Start. Und natürlich gibt es auch eine Displaybox. Und darüber hinaus gibt es noch weitere Videos. Also könnt ihr euch sehr drauf freuen. Es wird die eigene Pack United Europameisterschaft geben. Wir werden die Europameisterschaft orakeln. Also es wird alles am Start sein. Ich hab richtig, richtig Bock. Und das Hardcover habe ich auch schon da. Hardcover auch richtig, richtig geil. Ich zeige es euch einmal. Guckt euch dieses Gerät an. Das ist so, also wirklich Qualität on point, muss man sagen. Also ich freue mich sehr, dass es ein Hardcover Album gibt. Das werden wir dann natürlich voll machen in Let's Collect. Jetzt blätter ich durch. Ne, ich möchte nicht durchblättern. Weil ihr solltet euch ja noch auf die nächsten Tage freuen. Heute gibt es die ersten 10 Stickertütchen, Leute. Ich hab richtig, 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 richtig Bock. Eine Stickertüte kostet 1 Euro. Sechs Sticker sind drin. So ist das Stickertüten-Design. Display-Bock gibt es übrigens auch noch. Und keine Sorge, Leute. Heute das erste Gewinnspiel. Ich finde heute das Gewinnspiel schon geil. Hardcover, Multipack, Tindose. Also einfach mal so mitzunehmen. Brutale Gelegenheit. Auch da natürlich Dankeschön an Tops. Und Display könnt ihr auch gewinnen dann. Aber noch nicht heute, sondern seid gespannt. Und checkt gerne jeden Tag, wie gesagt, meine Videos aus. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Jetzt habe ich lange genug rumgeschnackt. Jetzt gehen wir endlich rein. Kamera stellt scharf. Ich hab Bock. Kann man schon wissen, was durcherkennen? Egal. Abfahrt, Leute. Abfahrt. Der erste Shiny-Sticker. Und wir ziehen direkt zum Start. Eduardo Kamavinga. Ich glaube, das war eines der wenigen Sticker, die im Vorfeld schon geliebt worden sind. Mit dem großen Kopf drauf. So habe ich die Sticker genannt. Weil es gibt ja die vier Nationen, wo der Kopf groß drauf zu sehen ist. Weil die Lizenzen da in dem Fall leider fehlen. Aber die anderen kann ich euch auch zeigen. Und guckt euch das an. Und so sehen die normalen Sticker aus. Hier von Albanien. Sokol Sikaleschi. Ich habe aber trotzdem Bock einfach, Leute. Ich bin so hyped auf die EM. Die letzten Deutschland-EM-Spiele haben einfach so eine Euphorie, sage ich mal, im Fach. Ich habe einfach Bock, die EM-Sticker zu sammeln. Ich habe Bock, mit euch gemeinsam zu feiern. Und ich habe Bock, mit euch gemeinsam den Sticker-Hype wieder entfachen zu lassen. Und deswegen habe ich richtig Bock auf das Sammelprodukt hier von Tops. Sokol Sikaleschi aus Albanien. So sehen sie von hinten aus. Sie sind nicht komplett durchnummeriert, sondern die jeweilige Nationen. Also hier Frankreich, wahrscheinlich Player, keine Ahnung, für was die Abkürzung steht. Aber hier Albanien 18. Dann haben wir den ersten deutschen Sticker. Das ist Thilo Kera. Da hinten steht wahrscheinlich, ja, Germany 4. Thilo Kera. Dann aus der Türkei den ersten. Kerem Ak-Türk-Choklu. Aus der Türkei mit der Sticker-Nummer 18. Und dann noch Belgien, Jan-Fatongen. Ah, nee, zwei noch. Ah, es sind ja immer sechs Sticker drin, stimmt. Belgien, Jan-Fatongen. Und dann ist es noch Dayo Upamecano von den Franzosen. Zack. Leute, ich bin einfach, ich habe richtig Bock, Leute. Aber ich habe richtig, 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 richtig Bock. Und hier haben wir, glaube ich, den ersten Parallel-Sticker. Es gibt nämlich auch Parallel-Sticker. Und ich glaube, jetzt haben wir den ersten gezogen. Wir haben den zweiten gezogen. Wir haben Christian Ronaldo gezogen als Parallel-Sticker. Junge, wir haben Ronaldo im Pack, CR7 im Pack. Und das Ganze als, wie nennt man das? Das war irgendwo abgewildert. Habe ich das im Hardcover-Album gelesen? Jetzt muss ich nochmal reinschnöckern, ja. Irgendwo habe ich das gelesen oder habe ich mich... War das irgendwo auf einer Website? Ja, das sind die Euro... Ähm, die Exilien Euro-Parallel-Sticker mit diesem Rand. Das sind die Euro-Parallel-Sticker. Ähm, das heißt, es gibt ganz normal diese Shiny-Sticker. Wie hier zum Beispiel Luka Modric. Und es gibt dann in dieser Art... So ganz normal Shiny gibt es Ronaldo auch nochmal. Es gibt also diesen Euro-Rand. Und darüber hinaus gibt es auch Black-Sticker. Diese gibt es mit einem schwarzen Rand. Diese gibt es 24 Mal. Das heißt, eine Nummerierung von 24. Das heißt, es gibt quasi nummerierte Sticker. So wie es Panini 2022 auch schon hatte. Aber nicht in Deutschland, sondern Panini hatte dies nur in Amerika umgesetzt. Es gab zu den, ähm, Katar WM 2022 Stickern nummerierte Sticker. Aber nur in den amerikanischen Packs. Das Ganze hat jetzt Tops umgesetzt in Deutschland. Oder halt europaweit. Oder halt weltweit. Ähm, und es gibt halt auch Gold. Und Gold ist One of One. Und stellt euch mal vor, wir kriegen hier einen goldenen Sticker. Das würde bedeuten, wenn wir jetzt einen goldenen Sticker von Ronaldo hätten, würde es diesen Sticker nur ein einziges Mal geben. Und man hätte den halt selbst gezogen. Und ihr könnt euch vorstellen, was dieser Sticker dann an Wert hätte. Wenn es diesen Sticker nur einmal geben... Äh, es gibt ja diesen Sticker nur einmal. Und wir haben jetzt hier diesen Euro-Parallel-Sticker von Ronaldo gezogen. Und das, ich finde, das macht das Game hier nochmal anders interessant. Weil es nicht nur eine normale Sticker-Serie ist. Sondern es gibt halt Parallel-Sticker, die das Ganze noch interessanter machen. Es gibt auch blau. Also mit einem blauen Rand. Es gibt grünen Rand. Und es gibt einen purple Rand. Stellt euch mal vor, man macht ein Sticker-Heft voll. Alle Sticker blue. Alle Sticker green. Dann würde man ja sieben Sticker-Hefte am Ende haben. Boah, Leute, das ist eine Challenge. Das machen wir. Ich bin hyped, Leute. Ich bin hyped und einfach im zweiten Pack CA7 gezogen. Ich fasse es nicht. CA7 und Andy Robertson als Euro-Parallel-Sticker. Und in diesem Pack war dann auch noch Luka Modric drin. Und mir ist hier einfach alles aus der Hand gefallen. Ihr seht es. Flasic aus Kroatien. Mlaka aus Slowenien. Und Josip Stanisic aus Kroatien. Weil ich so heiß bin. So hyped bin. So hyped und heiß bin. Und dann geht es weiter mit Benes. Wieder Shiny-Sticker. Dann haben wir Borna Sosa. Das ist hier so ein geteilter Sticker. Weil das sind die Sticker von den Nationen, wo noch nicht fest stand. Also die Quali-Länder. Und Bosnian-Herzegovina war ja eins davon. Seic und Ahmed Hodgic. Dann haben wir Nordgard. Thibaut Courtois. Und Ibrahima Konaté. Und da haben wir Purple. Und wir haben ein Purple-Logo. Purple-Logo ist glaube ich... Sieht man irgendwie... Purple. Purple, 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 Purple. Also es gibt auch nicht... Kurze Korrektur. Von den normalen Stickern gibt es jetzt keine Parallel-Sticker. Es gibt nur von den Shiny-Stickern. Das heißt, die Wappen haben... Gibt es in Purple, gibt es in Green, gibt es in Blue, gibt es in diesem Euro-Rand. Gibt es Black und gibt es One of One. Dann gibt es die Kapitän-Sticker. Also die ganzen Shiny-Sticker gibt es in dieser Art. Jetzt müsst ihr... Also ihr müsst jetzt keine Sorge haben, dass es die normalen Stickern mit diesem Rand gibt. Nur das als kurze Information noch. Das hatte ich eben falsch erklärt. Und Ungarn haben wir jetzt als Purple gezogen. Purple-Rand, Purple-Sticker, Purple-Parallel. Haben wir Gianluca Ciamaca aus Italien. Manuela Kanji. Und hier aus Luxemburg haben wir Mamutowitsch und Janz. Oh, das ist auch cool. Vorne als... Ähm... Austragungsort-Sticker. Und Sasa Kalajic aus Österreich. Und weiter geht's mit dem nächsten Shiny. Also hier zum Beispiel in diesem Fall Fabian Merida aus der Schweiz. Würde es wieder in Purple, Green, Blue, Black, Gold und im Euro-Design geben. In Euro. Mit diesem Euro-Kugelrand. Gabi. Henley. Dann Ötschkatschab. Und Gelsenkirchen als Austragungsort-Sticker. Sehr, sehr nice. Und dann noch aus Estland, Pascozzi und Teniste. Aus Estland, Estland, Estland. Und weiter geht's und Luka Modric doppelt. Luka Modric jetzt zum zweiten Mal am Start. Dann haben wir noch Asani aus Albanien. Dann haben wir hier... Ah, der ist aus einem Land. Ungarn. Und die Austragungsorte gibt's wahrscheinlich als Stadion. Und zu jedem Land gibt's nochmal sowas. Die Sehenswürdigkeit. Kioter, Baluta aus Rumänien und Slowenien. Äh, Karnitschnik. Karnitschnik. Dann Samasic. Finnland, Zaljo und Hoskonen. Boah, das ist doch bestimmt irgendwo aus... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Schweiz. Brabek. Israel, Leitner und Gluck. Und dann hier wieder die... Ich glaub, das ist bei jeder Gruppe. Frankreich, Niederlande, Österreich sind in einer Gruppe, oder nicht? Ich glaub, ja. Oh, Gold? Wart mal. Das ist ein goldener... Hier, äh, ja. Auch noch ein Hinweis. Es gibt zu jedem... Star-Spieler gibt es... eine goldene Version. Das ist die normale. Also jeder Star-Spieler ist gold. In dem Fall Cengiz Unde ist gold. Und zusätzlich gibt es zu jedem Gold-Sticker noch einen Gold-Signature-Sticker. Das heißt, wir haben jetzt quasi die bessere Variante gezogen, weil wir haben Cengiz Unde als Signature-Gold. Aber es gibt noch Cengiz Unde als normalen Gold-Sticker. Richtig, richtig, richtig nice. Flasic. Haben wir hier das Maskottchen. Nelson, Doku und Gerd Truder aus Niederlande. Dann geht's weiter mit Island als Logo. Ciro Emobele, Subuf, Georgien, wer ist das hier? Marmar, Marmar, Dajvili und Kajia. Hanko und, äh, Nischnik als Top-Eleven-Sticker. Tja, ich wollte schon gerade sagen, Leute, wir haben einen Gold-Sticker gezogen. One of One. Estancio, Rumänien. Dann haben wir hier wieder Sehenswürdigkeit. Schottland, Sikki. Vitinia, Ratio und Daily Blind aus den Niederlanden. Das war's. Zehn-Sticker-Tütchen. Ich bin völlig geflasht. Ich bin so heiß. Leute, das war jetzt gerade mal der Startschuss. Ihr wisst, das war der Startschuss. Und in den nächsten Wochen geht es hier heiß her. Ich hab richtig, richtig Bock. Und, ja, nehmt am Gewinnspiel teil. Checkt meine Videos aus auf, ähm, ja, YouTube-Shorts, TikTok, Instagram. Da gibt's auch täglichen, äh, Content zu den Stickern, zu den Match-Text-Karten. Lasst ein Like da. Und wie gesagt, nehmt am Gewinnspiel teil, lasst ein Abo da. Und lasst uns alle gemeinsam eskalieren. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.